Ein ganz herzliches Hallo in die Runde und willkommen zu diesem Workshop Faszien-Yoga für freie Hüftgelenke. In dieser Übungspraxis habe ich ganz bewusst ein Programm kreiert, bei dem wir nicht viele Hilfsmittel verwenden werden. Ich könnte ja auch eine Faszien-Stunde machen, wo wir ganz viele Tools einsetzen. Wir werden ein paar Sachen einsetzen, aber ganz wenige, sodass ihr, oder gerade diejenigen von euch, die nicht viele Tools haben, ihr sie vielleicht nicht zu Hause habt, dass ihr trotzdem in den Genuss von all den Übungen kommen könnt. Was wir brauchen werden, ist auf alle Fälle ein Yoga-Gurt und den bereiten wir am besten schon mal vor. Wir werden den ziemlich am Anfang brauchen und am besten machst du so eine Schlaufe in diesen Gurt rein. Ich glaube, du weißt, wie das geht. Einfach den Nippel durch die Lasche ziehen, wie ging das? Einfach durch beide durch und dann einmal drehen und sie in der Mitte durch. Einfach, dass es so eine Schlinge hat, so eine Schlaufe hat. Was du auch machen kannst, wenn du keinen Yoga-Gurt hast, ist natürlich einen Gürtel zu verwenden oder einen Schal oder ein Baumwolltuch. Wähle diese Schlinge, warte mal, ich schaue mal, mach die mal so schulterbreit. Und etwas zwischen schulterbreit und beckenbreit. Wir werden die Schlinge dann so um die Oberschenkel legen, also so zwischen beckenbreit und schulterbreit. Irgendwie sowas. Wir können das dann nachher noch anpassen. Und dann kannst du es einfach zur Seite legen und hast es schon mal vorbereitet. Was du auch noch brauchen wirst, sind zwei Blöcke und zwei so Myofacial-Bälle mit einem Durchmesser von 9 cm oder Tennisbälle wären auch okay. Ansonsten, was auch noch eventuell, fällt mir jetzt gerade ein, was gut wäre, wenn du empfindliche Knie hast, wenn du vielleicht ein Handtuch dir besorgst, einfach um die Knie zu polstern. Wir werden in einem Ausfallschritt sein, wo wir die Knie am Boden haben und einfach für empfindliche Knie ist es vielleicht ganz gut, sich ein Handtuch unterzulegen oder eine Decke oder sowas. Gut. Ja und wenn ihr eingerichtet seid, dann kannst du dich nochmal in einen Sitz begeben, sodass ich gleich noch ein bisschen was erzähle, worum es geht jetzt in diesen zwei Stunden. Das ist also eine Faszien-Yoga-Praxis für freie Hüftgelenke. Die Hüftgelenke können blockieren und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, wieso eine Blockade entsteht im Hüftgelenk. Das kann sein, wenn die Muskulatur, die das Hüftgelenk umgibt oder noch besser gesagt das Muskelfasziengewebe in einer Fehlspannung ist. Oder wenn eben alle Muskeln, die rund um das Hüftgelenk angeordnet sind, wenn es zwischen diesen Muskelfaszien ein Ungleichgewicht gibt, dass irgendwo zu viel zukommt, das kann dann dazu führen, dass sich das Muskelfasziengewebe verspannt, verhärtet und so deshalb das Hüftgelenk weniger Bewegungsfreiheit hat. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass der Oberschenkelknochen nicht wirklich zentriert in der Gelenkpfanne drin ist. Also dass das irgendwie verschoben ist. Das kann auch zusammenhängen mit einer ungünstigen Muskelfaszien-Spannung, dass sich der Oberschenkelknochen einfach nicht mehr zentriert ist. Also es wäre wichtig, den zu zentrieren im Hüftgelenk. Was auch sein kann, das ist so vielseitig, was die Gründe sein können. Ein Grund könnte sein, weil zum Beispiel im Becken eine Organspannung da ist oder auch dass Faszialspannungen da sind im Becken oder im Bauchraum, was dann eben auch wieder auf die Hüftgelenke wirkt. Es kann zum Beispiel eine chronische Verstopfung, könnte sich auswirken auf eine Blockade dann im Hüftgelenk. Oder zum Beispiel während der Mens oder in der Menopause, wenn sich das Gewebe von der Spannung verändert, dass das auch auf das Hüftgelenk wirkt. Also da wäre es zum Beispiel wichtig, mit einer Osteopathin Rücksprache zu halten, ob es eventuell an den Organen liegen kann im Becken. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel, wenn die Becken schaufeln an den beiden Orten, wo sie zusammentreffen. Da ist ein Ort hier vorne beim Scharbein. Bei der Scharbeinfuge, da kann es sein, dass da eine Blockade ist. Und diese Blockade kann sich zum Beispiel auch auswirken darauf, dass das Hüftgelenk eingeschränkt ist in der Beweglichkeit. Ein anderer Bereich, der auf die Hüftgelenke wirken kann, ist, wenn es eine Blockade gibt im Iliosakralgelenk. Also wenn ganz tief im unteren Rücken, da wo quasi die Wirbelsäule ins Becken trifft beim ISG, wenn es da Fehlspannungen gibt. Also die Übungen, die ich gewählt habe jetzt heute, zielen auf all diese Bereiche ab. Also dass wir hinten lösen, dass wir hervorne lösen, dass wir versuchen, über die Übung den Oberschenkelknochen zu zentrieren und dass wir das Muskelfasziengewebe von allen beteiligten Muskeln, die rund um das Hüftgelenk gehen, dass wir da mit den entsprechenden Übungen eine Wohlspannung kreieren können oder eine Balance kreieren können. Das heißt, wir werden mit dem Oberschenkel vorne arbeiten, wir werden mit den Innenschenkeln arbeiten, wir werden mit der Außenseite der Beine arbeiten, wir werden mit der tiefen Gesäßmuskulatur arbeiten, wir werden mit den ganzen myofaszialen Bahnen, über die Vorderseite des Körpers, über die Seite, Laterallinie arbeiten. Also ihr werdet ganz viele Übungen vorfinden heute, wo wir schütteln werden, wo wir dynamisch dehnen werden, wo wir multidirektionale Dehnungen geben werden in die ganzen myofaszialen Leitbahnen. Und ich merke jetzt schon an einigen, die jetzt hier sind, die machen, sagen, okay, ja, wir fangen jetzt an. Ich will es wirklich ganz kurz halten, aber ich finde es einfach immer, also ich persönlich finde es, mich interessiert es immer zu wissen, wieso wählt die innige Person einfach diese Übungen aus und jetzt habe ich es einfach versucht, ganz kurz zu machen und das auf den Punkt zu bringen und wir haben dann auf alle Fälle nachher dann nochmal Zeit, auf Fragen einzugehen, ja, die jetzt da sind. Gut, okay, dann schieb deine Sachen zur Seite und wenn du so etwas zu trinken noch zur Seite gelegt hast, schau, dass das einfach nicht stört, dass das genug weit weg ist von der Matte und leg dich bitte in eine Rückenlage. Leg dich in eine Rückenlage und zwar kannst du in der Rückenlage die Beine vielleicht etwas breiter auseinandernehmen, wie du das normalerweise machen würdest. Du hast die ganzen Tools griffbereit, die Bälle, die brauchen wir erst ganz am Ende der Stunde, aber du hast so die Blöcke griffbereit und du hast auf alle Fälle den Gurt griffbereit, ja. So, und wenn ich jetzt die Musik gleich auch noch spielen werde, gib mir bitte sonst auch nochmal ein Zeichen, ob das immer noch passt, die Lautstärke der Musik mit der Lautstärke vom Mikro. Ja, und dann lass dich mit einem ganz tiefen Atemzug ankommen, hier und jetzt, an deinem Platz, auf deiner Matte, in deinem Körper und bei deinem Atem. und erlaube all dem Gesagten und Gesprochenen ganz allmählich so in den Hintergrund zu treten, sodass du wirklich alles loslassen kannst, was war und du mit jedem Atemzug mehr und mehr in diesem Moment, in diesem Hier und Jetzt ankommen kannst. Wo es erst mal gar nichts zu tun gibt. Einfach nur da sein, präsent sein, mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Körper und bei deinem Atem. Die Bewegungen deines Atems in deinem inneren Raum wahrnehmen. Vielleicht kannst du spüren, wie jeder Einatem deinen inneren Raum weitet und wie jeder Ausatem eine Einladung ist, dich in diesen weiten inneren Raum hinein zu entspannen. Nimm die Kontaktpunkte deines Körpers zur Erde wahr. Und vielleicht magst du mit deinem nächsten Ausatem noch etwas mehr in diese Kontaktpunkte zur Erde hinein schmelzen. Und während dein Atem ganz ruhig und gelassen ein- und ausströmt, beginne deine Beine ganz schnell nach innen und außen zu drehen, so wie Scheibenwischer beide Beine gleichzeitig nach innen und nach außen und mach das relativ zügig, also so mit Schwung, sodass es keine muskuläre Anstrengung bedeutet, jetzt diese Übung, sondern so ein ganz lockeres auf den Fersen ein- und ausdrehen. Und dann bring deine Aufmerksamkeit, während du das tust, in deine Hüftgelenke und zu deinem Iliosakralgelenk, zu deinem ISG, zu deinem unteren Rücken vielleicht auch. Und spür mal, was du da wahrnehmen kannst, wenn du die Beine so ganz schnell ein- und ausdrehst. Wie sich das in den Hüftgelenken anfühlt, wie sich das im unteren Rücken anfühlt. Mit ganz ruhigen, gelassenen Atemzügen. Und atme dann noch mal so richtig tief ein und ganz langsam aus und dann halte inne und spüre einen Moment nach. Spüre der Reaktion nach. in deinem Körper. Vielleicht deinen Hüftgelenken, deinem Becken. Und atme dann noch mal gelassen ein- und aus und für die nächste Übung stell deine Füße in eine angenehme Distanz zu deinem Gesäß auf. Hüftgelenks oder Beckenbreit. Und die nächste Übung heißt Shakti Shake. Hebe das Becken an und lass das Becken dann auf die Erde fallen und klopfe dein Becken so auf der Erde. Und das darf stark sein, das darf aber auch ganz fein sein. Also du kannst von relativ weit oben das Becken fallen lassen oder du kannst ganz klein und ganz fein nur klopfen. Spüre mal, was dir gut tut. Spüre mal, was deinem unteren Rücken gut tut. Das ist wirklich eine tolle Übung, um so die ganzen Spannungen im unteren Rücken, die Spannungen im ISG zu lösen, sodass es da freier wird, dass es da durchlässiger wird. Ich kenne wirklich kaum eine bessere Übung, um diesen unteren Rücken und gerade den Bereich vom ISG zu lösen. Gleichzeitig stärkt diese Übung den Knochen und spiele ein bisschen mit der Intensität und mit dem Tempo während dein Atem ganz gelassen ein- und ausströmt. So, und jetzt atme nochmal richtig tief ein und ganz langsam aus und dann halte auf einen Schlag an und spür nach. Manchmal spürt man so ein Vibrieren oder ein Prickeln, ein Pulsieren im Körper. Nimm einfach wahr, wie die Übung wirkt auf der Ebene des Körpers, des Atems und des Geistes. Atme nochmal tief durch und dann streck mal dein rechtes Bein aus, also lass das rechte Bein ausgleiten. Bring dann das linke Bein zu deinem Oberkörper, ganz gebeugt, die Arme bleiben so seitlich, am liebsten, wenn du sie so vielleicht ein bisschen höher nimmst und so seitlich ablegst. Für die Kniekreise öffne dein linkes Knie zur Seite, streck das Bein und lass es über dem Boden schweben, kreuze dann das gestreckte Bein über das rechte untere, lass das Becken mitgehen in so einer Rotation, zieh das Knie dann wieder nach oben und kreise es zurück in die Mitte in die Ausgangsposition. Mach das nochmal. Das Knie geht nach außen, streck das Bein, lass es über dem Boden schweben, zieh das gestreckte Bein über das untere, lass das Becken mitgehen, die Wirbelsäule mitgehen, beuge das Knie und führ das Knie ran. Jetzt mach das einfach in deinem Rhythmus, Kniekreise und erlaube wirklich dem Becken mitzugehen, erlaube der Wirbelsäule mitzugehen, der Kopf bewegt sich vielleicht auch noch und lass den Atem dabei ganz entspannt ein- und ausströmen. Wechsle zwischendurch mal die Kreisrichtung und erlaube der Wirbelsäule wirklich mitzugehen und mitzudrehen, einfach genauso viel, wie es sich gut anfühlt. Mach die Bewegung langsam oder mach sie auch mal schneller. Vielleicht gibt es eine Position, wo du gerne so einen Moment bleiben magst, weil du einfach merkst, es tut total gut und dann bleibe da vielleicht für einen Atemzyklus, bevor du dann weitergehst. Du kannst immer wieder auch die Richtung wechseln und bei einem der nächsten Male lass das Bein einfach ausgleiten und dann spüre nach. Spüre nach, wie sich dein linkes Hüftgelenk anfühlt jetzt und du kannst es ganz gut auch vergleichen, dein linkes mit dem rechten. Was ist anders? Was ist vielleicht auf der ganzen Körperseite anders, wenn du rechts und links vergleichst? Und atme dann nochmal richtig tief durch und dann wiederhole die Übung auf der anderen Seite, das heißt die Arme sind so in einer zur Seite ausgestreckt. Bring dann das rechte Bein nach oben und beginne wieder mit den Knie kreisen zur Seite, nach vorne, über das gestreckte Bein zurück in die Mitte und verbinde jetzt hier Atem und Bewegung. Spüre mal, wann mag dein Körper so ganz spontan und natürlich einatmen. Wann atmet dein Körper aus? Und dann folge einfach diesem inneren Impuls, wechsle zwischendurch immer wieder die Richtung. Bleibe auch immer wieder so einen Moment in einer Position, wo du merkst, das tut mir gerade gut hier, da freut sich der Körper über eine Öffnung, über Raum, über Weite. Lass die Wirbelsäule mitgehen. Ruhige, gelassene Atemzüge, die Aufmerksamkeit im Hüftgelenk und dann lass auch wieder dein Bein ausgleiten und jetzt spüre auch wieder nach und vergleiche die rechte Seite mit der linken. Atme tief durch und immer wieder in diesen Momenten der Pause die Möglichkeit, dich in die Kontaktpunkte zur Erde hineinschmelzen zu lassen, so als ob alle Spannungen ein zu viel an Spannung abfließen kann und so als ob du dich in diesen Kontaktpunkten ausruhen könntest. und dann bring deine Beine zusammen und die Arme ganz dicht an den Körper und beuge die Ellbogen, sodass ein 90 Grad Winkel in den Ellbogen entsteht, die Handflächen zueinander gerichtet sind. Wir gehen in eine aktive Variante oder in eine dynamische Variante vom Fisch. Streck deine Beine, bring sie in eine leichte Innenrotation und flexe deine Füße. Jetzt schieb deine Ellbogen in die Erde und rutsch mit deinem Kopf auf der Matte in die Fischhaltung, ohne dass du den Kopf hebst, den Kopf rutschen, gleiten lassen auf der Matte. Wenn du in dieser Position bist, roll bitte dein Steißbein ein. Verlängere dein Steißbein. Lass das Steißbein nochmal los und dann rutsch nochmal zurück auf den Boden. Atme gelassen ein und aus. Wiederhol diese Übung gleich noch einmal. Die Beine in eine leichte Innenrotation beziehungsweise die Idee, sie wollen so in Richtung Mittellinie des Karpers, die Füße sind geflext, Ellbogen schieb sie in den Boden. Der Brustkorb steigt aus, der Kopf gleitet auf dem Boden und wenn du in dieser Position bist, verlängere dein Steißbein. Roll es ein. Atme nochmal richtig tief durch und rutsch wieder zurück auf die Erde. Entspann deine Arme, entspann die Beine und gib dir ein, zwei Atemzüge, um nachzuspüren. Jetzt waren wir gerade in einer Rückbeuge und kommen als Ausgleich in eine Päckchenhaltung, was einer Vorbeuge entspricht und so stell deine Füße auf und bring mit einem deiner nächsten Atemzüge beide Beine zu deinem Oberkörper und umfasse mal beide Beine und zieh sie zum Oberkörper ran. Greife mit beiden Händen dein rechtes Bein und zieh das rechte Knie zum Oberkörper und dann streck das linke Bein nach oben aus flex den Fuß und schieb die Ferse weit in den Raum nach oben und dann lass das Bein ganz langsam nach unten sinken gestreckt mit der Idee du ziehst das Bein aus dem Hüftgelenk raus wirklich aktiv raus ziehen und dann beuge das Bein entspann den Fuß bring das Bein wieder zurück in eine Päckchen Haltung strecke es wieder nach oben aus flex den Fuß schieb die Ferse weit nach oben und jetzt ganz langsam das Bein absenken wirklich langsam eine Mobilisation für die Hüftbeuge Muskulatur den Iliopsoas entspannt das Bein wieder zieh das Bein zum Oberkörper ran streck das Bein nochmal aus nach oben und flex den Fuß schieb die Ferse in den Raum mit der Idee wenn du das Bein senkst als wolltest du den Oberschenkel Knochen aus dem Hüftgelenk raus ziehen wenn du das Bein absenkt Beuge das Knie ein letztes Mal mit dem linken Bein Fuß flex das Bein aktiv und ganz langsam absenken lass deinen Atem einfach ganz ruhig und gelassen ein und aus strömen während du die Übung ganz langsam machst und dann beuge das linke Bein bring es zum Oberkörper und umgreife jetzt mit deinen Händen das linke Knie zieh das linke Bein zum Oberkörper und viermal jetzt auf der anderen Seite richtig langsam das Bein strecken Fuß flex die Zehen auffächern und dann mit einem langen Bein die Idee jemand zieht an deinem Bein will den Oberschenkelknochen aus dem Hüftgelenk rausziehen senkst du ganz langsam das gestreckte Bein bleibst einen Moment schwebend über dem Boden und beugst dann das Knie bringst es zum Oberkörper zurück machst es nochmal strecken Fuß flex ganz langsam absenken bleibe mit deiner Aufmerksamkeit in deinem Hüftgelenk stabil im Rücken und gleich noch zweimal ausstrecken und Fuß flex ruhige Atemzüge ganz gelassen langsam absenken langsam senken dann einen Moment bleiben und halten so in der Schwebe die Schultern entspannt der Kiefer gelöst dann beug das Bein ein letztes Mal wiederholen das vierte Mal wenn du das Bein streckst und flex langsam absenken bleiben Atme Atme noch mal richtig tief durch und dann bring das Bein zum Oberkörper um Arme jetzt beide Beine zieh sie zum Oberkörper und du kannst wenn du magst ein bisschen schaukeln kreisen und wiegen jetzt kommen wir zu einer ersten kniffligen Übung und zwar lege mal dein rechtes also löse die Hände erstmal von den Beinen und jetzt lege mal dein linkes Knie so über das rechte drüber also so wie wenn du so sitzen würdest und schlägst so ein Bein über das andere das linke über das rechte jetzt nimmst du die Unterschenkel so raus so wie Flügel und fleckst mal die Füße und jetzt schau mal ob du mit deinen Händen zu den Füßen greifen kannst und der Oberkörper sollte immer noch so am Boden liegen bleiben auch der Kopf manchmal geht das wirklich nicht und dann greife mit den Händen hier am Unterschenkel irgendwo ja hier so am Unterschenkel und gib so den Unterschenkel so einen Impuls nach außen meistens also bei mir ist es so wenn ich das linke Bein über das rechte nehme dann ist so der rechte Unterschenkel so ein bisschen faul und der will so hier unten bleiben und dann hebe ich so den rechten Unterschenkel noch ein bisschen an und du wirst merken je mehr du die Unterschenkel anhebst umso mehr gibt es wahrscheinlich eine Dehnung ganz tief in der Gesäßmuskulatur es kann auch sein dass es so anfängt zu zittern es kann auch sein dass du merkst dass du nicht in der Mitte aufliegst sondern dass es dich so auf eine Seite zieht vielleicht so auf die linke und dass die rechte sich vom Boden hebt und dann spüre mal ob du dich rechts noch ein bisschen mehr entspannen kannst ob du dich wirklich ganz ablegen kannst ich weiß es ein bisschen schwer oder kann schwer sein kann auch ziemlich intensiv sein und spüre mal ob du irgendwo in deinem Körper gerade spannung kreierst wo sie gar nicht sein muss vielleicht im Kiefer vielleicht in der Stirnregion atme ganz langsam ein und vielleicht sogar doppelt so lange aus und vielleicht machst du sogar eine Pause zwischen den Atemzügen dann löse deine Hände von den Füßen oder vom Unterschenkel entspann die Unterschenkel fädle die Beine wieder aus komm zurück in eine Päckchen Haltung ist quasi so eine Gomukasana Variante liegend Atme noch mal tief durch und dann wechsle auf die andere Seite das heißt du löst die Hände und jetzt nimmst du das rechte Bein über das linke und dann schau wie dass du die Unterschenkel so auffächerst zur Seite und vielleicht kommst du mit deinen Händen an die Füße vielleicht hältst du an den Fußgelenken vielleicht am Unterschenkel und jetzt ist es bei mir meistens der linke Unterschenkel der so ein bisschen faul ist und den hebe ich jetzt noch ein bisschen mehr an und zieh mal so gut es geht die Unterschenkel zu dir ran du wirst merken je höher die Unterschenkel sind je mehr du sie zu dir ran ziehst umso stärker wird die Dehnung ganz tief in der Gesäßmuskulatur und auch hier überprüf mal ob eine Seite sich vielleicht ein bisschen mehr hebt vom Boden oder ob du gleichmäßig aufliegst und spür mal ob du dich entspannen kannst sodass du mehr und mehr gleichmäßig aufliegst manchmal ist es auch hilfreich wenn man sich hier ein Handtuch oder ein Kissen unter den Kopf legt je nachdem wichtig ist dass man wirklich auch den Nacken entspannen kann hier und dann sinke wieder in einen ganz ruhigen Atem in einen Atem bei dem du langsam einatmest eine gelassene Atempause in der Fülle machst und ganz ganz langsam vielleicht doppelt so lang ausatmest und dann in die Leere singst den Kiefer entspannen die Zunge die Lippen die Stirn die Schultern und dem Atem erlauben tief und raumgreifend zu sein und dann atme noch einmal ganz tief ein und aus löse dann deine Hände von den Füßen fädel die Beine aus bring beide Beine zum Oberkörper genau was du auch ganz gut machen kannst ist bevor du sie zum Oberkörper bringst die Beine einfach ausstrecken und so ein bisschen ausschütteln das tut ganz gut nach dieser Übung und was du auch machen kannst wenn du die Beine so ausstreckst und schüttelst ist dass du die Unterschenkel fallen lässt manchmal knackst es dann noch mal so in den Kniegelenken oder Fußgelenken noch mal schütteln und dann einfach fallen lassen mach das noch ein letztes Mal und dann stell deine Füße auf die Erde ab und zwar breit ungefähr mattenbreit die Arme gehen wieder seitlich vom Körper weg und dann bring beide Knie zu einer Seite ist egal auf welche Seite du gehst also die Füße stehen mattenbreit die Knie gehen auf eine Seite der Oberkörper bekommt wieder so eine kleine Drehung und dann komm langsam zurück und bring beide Knie zur anderen Seite und mach das einfach ein paar Mal so dynamisch von Seite zu Seite atme ganz ruhig ein und aus und verbinde auch hier wieder Atem und Bewegung ein paar Mal von Seite zu Seite spüre mal ob der Kopf mitdrehen mag und dann bleibe mal mit das nächste Mal wenn du mit deinen Knien auf der linken Seite bist bleib dann mal auf der linken Seite der Kopf rollt von der Idee oder von der Tendenz eher nach rechts und jetzt wenn du diese Dehnung etwas verstärken möchtest kannst du den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel drauflegen bitte nicht so auf dem Knie weil das gibt meistens seinen Druck auf den Meniskus sondern schau dass du den Fuß relativ in der Mitte vom Oberschenkel nehmen kannst und dann beschwere mit deinem Fuß mit deinem Bein den rechten Oberschenkel und gönne dir ein paar tiefe Atemzüge hier und kultiviere diese vier Phasen Atmung wo du langsam einatmest doppelt so lang ausatmest wie du eingeatmet hast und in den Pausen zwischen den Atemzügen dich da hinein entspannen also in der Atemfülle nach der Einatmung diesen Umkehrpunkt im Atem ganz bewusst wahrnehmen und am Ende der Ausatmung bevor der Einatmung kommt auch ganz bewusst da eintauchen Wenn du magst kannst du um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken den rechten Arm noch ausstrecken nach oben ganz in diese Länge gehen Atme dann nochmal tief durch hier Wenn du den Arm gestreckt hast nach oben den rechten dann beug ihn wieder bring ihn zurück führ ihn wieder zur Seite dann leg deinen linken Fuß wieder zurück auf den Boden und bring beide Beine zurück in die Mitte Bleib einen Moment hier die Knie können so zusammen kommen und spüre einen Moment nach Wiederhole dann die Übung auf der anderen Seite Du löst die Knie als erstes voneinander beide Knie gehen dann nach rechts und wenn du diese Übung wenn das für dich passt so weil manchmal ist auch das Knie empfindlich so wenn du den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel nimmst kann es bei manchen sein dass das Knie sich meldet also das linke sollte das der Fall sein bring einfach den Fuß wieder zurück den rechten da wo er war und dann kannst du wenn du magst deinen linken Arm nach oben strecken um hier nochmal in eine Dehnung zu kommen in eine stärkere Dehnung über die Flanke über die ganze Seite vertiefe deinen Atem und erforsche mit deinem Atem neue Atemräume spüre wie dort weiter entsteht wieder Ausatm die Möglichkeit noch mehr los auszulassen Jeder Einatm schenkt dir Wachheit Klarheit Präsenz und dann atme nochmal tief durch und fädle langsam dich langsam aus der Haltung aus kannst den Arm zurück bringen kannst den Fuß zurück legen den rechten und dann einen Impuls mit dem Becken zurück geben die Knie kommen zurück nach oben und du kannst wieder die Knie zusammen gehen lassen nach zwei letzte Übung jetzt hier in der Rückenlage und dann werden wir gleich in eine andere Position kommen aber hier noch wirklich gibt dir Zeit einfach diese Impulse zu integrieren im Körper und dann atme tief durch löse die Knie voneinander bring beide Beine nochmal in eine Päckchen Haltung schaukeln kreisen wiegen spüre einfach was dir gut tut hier für die nächsten zwei Übungen brauchen wir einmal den Gurt und einmal den Block das heißt atme nochmal tief durch hier und dann stell die Füße erstmal zurück auf den Boden um zu schauen wo dein Gurt liegt und um den Gurt zu nehmen und jetzt steigst du jetzt bringst du die Beine wieder zurück in eine Päckchen Haltung und steigst mal mit den Füßen durch diese Schlinge die du vorbereitet hast und schau dass der Verschluss zu dir schaut in der Mitte der Beine ist und nicht auf dem Gewebe weil sonst gibt es blaue Flecken und dann merke ich dass ich meine ein bisschen enger schnallen möchte sodass meine Beine wenn ich sie dann zurück auf den Boden stelle dass ich hüftgelenks breit stehen kann so so passt das für mich du hast den Gürtel ungefähr so im ersten Drittel in Richtung Knie sehr gut jetzt stell die Füße wieder in eine angenehme Distanz zum Gesäß von der Tendenz her stell sie eher ein bisschen dichter zum Po weil wir gleich in eine Schulterbrücke hochgehen werden und was du jetzt auch machst du schiebst aktiv die Oberschenkel nach außen also von der Idee her willst du jetzt den Gurt sprengen und das kann sein wenn eine Blockade oder wenn es da irgendwie beim Scharenbein nicht ganz so optimal ausgerichtet hat war dass es hier so einen Knacks gibt achte dich mal darauf entweder vielleicht jetzt sogar schon oder aber vielleicht wenn du aufrollst in die Schulterbrücke das heißt behalte diesen Impuls nach außen roll das Steißbein ein leg die Wirbelsäule an den Boden ab und roll Wirbel für Wirbel nach oben und wenn du jetzt oben bist schiebt das Becken wirklich weit nach oben und die Idee ist du willst wirklich den Gurt sprengen Atme noch mal tief ein mit der Idee du willst den Gurt sprengen rollst du Wirbel für Wirbel ab ganz langsam abrollen während du abrollst ist immer wieder dieser Impuls nach außen nach außen nach außen nach außen und dann lässt du die Spannung los entspannst dich für einen Moment atmest tief durch und baust die Übung noch mal auf die Oberschenkel schieben als erstes nach außen mit der Idee den Gurt zu sprengen rollst du das Steißbein ein legst die Lendenwirbelsäule ab und rollst Wirbel für Wirbel nach oben längst die Knie nach vorne längst die Leisten schiebst das Becken weit nach oben atme es noch mal tief ein und mit der Ausatmung rollst du Wirbel für Wirbel ab unten angekommen löst du die Spannung wieder entspannst für einen Moment und machst es ein drittes und letztes Mal baust die Spannung auf Oberschenkel schieben nach außen roll Wirbel für Wirbel von der Erde weg Knie längst du nach vorne die Leisten lang atme noch mal richtig tief durch und mit noch mal legt den Gurt auf die Seite bleibe hier mit den Beinen in einer 90 90 Position und nimm bitte jetzt deinen Block und es ist ein bisschen abhängig davon wie groß dein Block ist ich nehme den Block jetzt so dass diese Breite dass ich diese zwischen meine Oberschenkel legen kann also ich lege den Block quasi so hier rein ein Teil des Block ist bei den Knien der andere Teil beim Oberschenkel und jetzt drückt den Block zusammen und ich habe den Block zusammengedrückt und bei mir hat sofort geknackt hier beim Schalmann das ist das was ich gemeint habe und dann ganz langsam während du den Block drückst legst du oder beziehungsweise stellst die Füße ab aha noch mal Knack und stellst die Füße auf den Boden jetzt löst du noch mal den Druck wenn du hier unten bist und schau einfach dass es bequem ist mit den Beinen und dem Block okay jetzt drück noch mal den Block zusammen roll Wirbel für Wirbel in eine Schulterbrücke was ganz ähnliches wie vorher aber diesmal drückst du den Block zusammen atmest doch mal ein wenn du oben bist und rollst Wirbel für Wirbel ab Manchmal kann es sein dass es wenn du unten angekommen bist entspannst du wieder machst es dreimal insgesamt Manchmal kann es sein dass bei diesen Schulterbrücke Varianten dass es anfängt zu krampfen in der Beinrückseite meistens deutet das auf einen Ungleichgewicht im Mineralstoff Haushalt hin Meistens ist es Kalzium und Magnesium also da einfach schauen manchmal ist es Magnesium manchmal Kalzium es kann beides diese Krämpfe geben und immer wieder wenn du unten bist lösen und dann machst du sein drittes und letztes Mal drückst den Block zusammen du könntest es auch mit einem größeren Ball machen die Übung dann ist sie meistens ein bisschen angenehmer mich drückt jetzt der Korkblock ziemlich hier so den Oberschenkeln und dann ganz langsam abrollen wenn du unten angekommen bist löst du auch wieder diesen Druck für einen Moment dann baue ihn nochmal auf mit dem Druck wenn du aufbaust aktivierst du gleichzeitig auch die Beckenbodenmuskulatur gleichzeitig auch die tiefe Bauchmuskulatur löst nacheinander die beiden Fersen dann die Fußballen dann die Fußspitzen und drückst den Block drückst ihn und bringst die Beine wieder zurück nimmst den Block weg nimmst bitte nochmal den Gurt steigst nochmal in den Gurt ich mache diese Übung meistens zweimal wir machen es jetzt nicht mehr so häufig stell die Füße zurück auf den Boden sobald du den Gurt um die Oberschenkel gelegt hast bring die Füße relativ dicht dran gib noch einmal den Impuls nach außen und spür wirklich was passiert in den Innenschenkeln was passiert im Schambein was passiert im Becken roll noch einmal Wirbel für Wirbel auf jetzt bleibe hier die Leisten richtig gut längen die Knie nach vorne lenken den Impuls nach außen geben tief ein und aus atmen und während du immer noch den Impuls nach außen gibst langsam abrollen und immer noch nach außen schieben 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 und wenn du unten angekommen bist löst du diesen Impuls nach außen nimmst einen tiefen Atemzug noch mal Impuls nach außen aber diesmal löst du Fersen Fußball und Fußspitzen und bringst beide Beine zum Oberkörper während du den Impuls nach außen gibst aha und jetzt löst du wieder nimmst den Gurt weg und den brauchen wir jetzt nicht mehr mit den Beinen bleibst du oben für ein letztes Mal den Block noch mal zwischen die Beine legen ich lege den Block so hin dass ich inzwischen die Knie und Unterschenkel lege also ein bisschen anders wie vorher genau jetzt bring die Beine wieder in eine 90-90 Position Knie über Hüft Gelenk Unterschenkel parallel und dann ganz langsam drück den Block zusammen und spür was passiert Innenschenkel Scharbein stell ganz langsam die Füße ab und das hältst über den Beckenboden über den Bauch Fußspitzen auf den Boden Fußballen Fersen jetzt drück nochmal den Block richtig fest zusammen und roll ein letztes Mal auf in die Schulterbrücke mit dem Druck hier und spür mal was das macht ist ein bisschen anders wie wenn du den Druck von den Oberschenkeln her machst langsam abrollen die Spannung lösen ein letztes Mal über die Spannung also über den Impuls nach innen aktivierst du die Innenschenkel den Beckenboden die tiefe Bauchmuskulatur und aus dieser Kraft hebst löst du Fersen Fußballen Fußspitzen nimmst die Blöcke weg schüttelst die Beine aus super und dann lass die Beine für einen Moment ausgleiten und spüre einen Moment nach bevor wir uns dann gleich hinsetzen beziehungsweise in den Vierfüßlerstand gehen spüre mal wie sich dein Becken anfühlt jetzt nach all diesen Übungen deine Hüftgelenke Es kann sein dass du dass eine größere Präsenz da ist in dieser Region in den Hüftgelenken im Becken in den Beinen dass es sich klarer anfühlt und spüre mal was du sonst noch wahrnehmen kannst und dann finde einen Weg in den Sitz der für dich einfach günstig und gut ist es kann sein dass du dich auf eine Seite rollst und dann über die Seitenlage nach oben kommst oder indem du die Beine zu dir nimmst und dich aufschaukelst spüre mal was passend ist für dich wunderbar und dann komm in die Haltung der Katze finde dich in die Haltung der Katze ein ich packe mal das Mikro hier hinten rein so gut jetzt in der Haltung der Katze bring mal deinen linken Fuß nach außen in Richtung deiner Hand also muss nicht auf der Höhe der Hand sein aber einfach so in Richtung der Hand relativ weit nach außen und jetzt verlagere das Gewicht nach vorne zur Seite nach hinten und zur anderen Seite das heißt du beginnst jetzt so ganz große Kreise zu machen und mobilisierst so dein Hüftgelenk in dieser Position der Fuß darf sich bewegen also der muss nicht ständig am Boden bleiben der kann so eindrehen ausdrehen und bleib mit deiner Aufmerksamkeit in deinem linken Hüftgelenk zwischendurch wechselst du die Richtung genau es kann sein dass das gerade noch geht jetzt so was die Knie anbelangt aber wenn du so empfindliche Knie hast könntest du das auch jetzt schon hin legen das Tuch oder die Decke wechsel immer wieder mal die Richtung und der ganze Körper verlagert sich nach vorne zur Seite nach hinten und spür mal was da passiert im Hüftgelenk Innenschenkel ein letztes Mal und dann bleib bitte in dieser Position verlagere das Gewicht etwas nach hinten und bring deinen linken Fuß zurück und stell ihn nach außen auf ungefähr auf der Höhe von deinem rechten Knie ungefähr ich persönlich mag es wenn ich den Fuß die Zehen in die Linie vom Bein nehme weil ich dann einfach noch eine stärkere Dehnung über die Innenschenkel habe stell deine rechten Fuß auf die Zehenspitzen auf und dann schiebt das Gesäß nach hinten schiebt das Gesäß nach hinten lass den Herzraum schmelzen und bring jetzt deine Aufmerksamkeit zu deinem zur Innenseite von deinem linken Bein bewegen und nach links bewegen und einfach mal spüren wenn du mit dem Becken wackelst von rechts nach links wann hast du eine stärkere Dehnung ich merke wenn ich nach rechts wackele mit dem Becken habe ich ein bisschen eine stärkere Dehnung da bleibe ich wenn ich das Gewicht ein bisschen weiter nach hinten nehme habe ich bei dir auch interessant ist und spannend und dann bleib einfach ein Moment hier ich mag es gerne den Kopf abzulegen hier streck deinen linken Arm vielleicht noch weiter nach vorne aus und dann spiel hier wirklich mit der Position vom Becken wenn du das Becken etwas mehr nach rechts schiebst und sogar so in Richtung Achselhöhle also ich denke meinen wie soll ich das erklären ich denke meinen Hüftknochen links zur Achselhöhle hoch also meinen linken Hüftknochen ziehe ich Richtung linker Achselhöhle sorry falsch rechts links verwechselt rechter Hüftknochen zur rechten Achselhöhle jetzt stimmt's das linke Bein ist draußen der linke Arm ist eingefädelt ich sag's nochmal rechter Hüftknochen zieht zur rechten Achselhöhle hoch und deinen ganzen Körper noch ein bisschen zurückschieben atme nochmal richtig tief durch und dann fädle den linken Arm aus setz die Hand ab bring das Bein zurück und komm erstmal in eine Kindes Haltung so zweite Seite dann zweiter Versuch dass ich rechts und links dann auch richtig ansage Arm ich merke gerade ich habe gar nicht Platz um mein Bein hier raus zu stellen ich drehe mich mal so gut also bis in der Kindeshaltung kannst du ein bisschen hin und her wiegen so ganz ganz langsam von Seite zu Seite das gibt wirklich manchmal seine ganz angenehme Dehnung über den unteren Rücken mal ein bisschen stärker auf einer Seite mal ein bisschen stärker auf der anderen Seite Ok und dann komm in die Mitte und verlagere dein Gewicht wieder nach vorne in die Haltung der Katze Jetzt bring dein rechtes Bein und stell das rechte Bein außen an die Matte weit nach vorne und dann verlagere das Gewicht nach vorne zur Seite und nach hinten und beginne wirklich so einen ganz großen Kreis zu machen der Fuß darf sich bewegen der muss nicht so fest auf dem Boden stehen bleiben die Idee ist du bist mit der Aufmerksamkeit jetzt in deinem rechten Hüftgelenk und in der ganzen umgebenden Muskulatur also Innenschenkel vielleicht Beinrückseite Wechsel Zwischendurch die Richtung Nochmal seine ganz andere Mobilisation vom Hüftgelenk hier in dieser Position Superschön Immer wieder die Richtung wechseln und dann halte inne und verlage das Gewicht ein bisschen zurück und nimm das Bein zurück so ungefähr auf die Linie Knie und Fuß ich persönlich lasse gerne den Fuß wirklich in die Linie vom Bein gehen aber spüre einfach was für dich passt ob es für dich passt es so zu machen und dann stell die Zehen auf von deinem linken Fuß und schiebe das Gesäß zurück nach hinten und jetzt suche einfach nach einer guten Dehnung für die Innenseite von deinem Oberschenkel dann kannst du das Becken von rechts nach links bewegen und ich merke wenn ich mein Becken nach links bewege dann bekomme mich eine etwas stärkere Dehnung über die Innenseite und wenn ich das Gewicht noch ein bisschen zurücknehme dann auch so und jetzt ist es der rechte Arm der unten durch fädelt mach es dir bequem vielleicht legst du die Schulter auf den Boden ab vielleicht ist es aber auch nur dein Kopf und der linke Arm der geht weit nach vorne so und jetzt spiel wieder mit so ein paar Bewegungen im Becken und finde raus wo in welcher Position hast du eine richtig gute Dehnung über die Innenseite von deinem rechten Bein und ich merke das ist bei mir wenn mein Becken sich so leicht nach links bewegt und wenn dann mein linker Becken kam in der so Richtung linke Achselhöhle hoch will vielleicht ist es bei dir auch so vielleicht ist es aber auch anders es geht ganz viel auch wirklich darum im Faszien Yoga wirklich mit allen Sinnen in deinen Körper einzutauchen und zu spüren was der Körper dir sagt wo was für eine Bewegung es braucht damit eine faszinierende Dehnung entsteht und dann schmilzt du da rein und entspannst du dich da rein mit deinem Atem und dann lösen wir auch schon auf indem du die Hand ausfädelst die Hand zurückstellst die vordere Hand zurücknimmst das Bein das Bein zurückbringst und komme erstmal in eine Kindeshaltung die Stirn kann zur Erde sinken und dann roll ganz langsam Wirbel für Wirbel auf in einen Fersensitz im Fersensitz wäre es jetzt gut wenn du die Knie dir polstern magst wenn du jetzt die Decke hinlegst aber vielleicht hast du sie dir schon hingelegt weil das vorher auch schon gut war für deine Knie dann komm in einen Kniestand und dann setz deinen linken Fuß nach vorne und komm in so einen tiefen Ausfall Schritt lass den Oberkörper oben den Fuß genug weit nach vorne sodass das Becken wirklich hinein sinken kann hier in diese Position dass du den Oberkörper nicht nur strecken kannst sondern fast so in eine kleine Rückbeuge gehen kannst um wirklich eine gute Dehnung über die ganze Hüftbeuge Region zu haben lass die Arme sinken bring die Arme in eine Außenspirale für sie nach über die Seite nach oben und verschränke deine Hände jetzt an deinem Hinterkopf und lege deinen Hinterkopf in deine Hände mit der Idee jemand stützt dich auch an deinen Schulterblättern und heb dein Herz so nach oben an und in dieser Haltung neige dich zur linken Seite zur linken Seite vielleicht kannst du jedes Mal ein bisschen tiefer nach links schmelzen und zur Seite und wirklich diese Idee in diese Rückbeuge gehen gehen zu wollen gleichzeitig zur Seite und dann komm langsam aus der Seiteneigung zurück streck die Arme nach oben aus kreise die Arme weit zurück nach hinten weit nach hinten weit nach hinten und dann setz deine Hände vorne ab deine rechte Hand bleibt am Boden Dein linker Arm streckst du ganz weit nach vorne aus und willst mal die ganze Flanke wirklich lang machen also linker Arm weit nach vorne und jetzt spirale dich von deinem Nabel auf der Nabel dreht sich quasi zum Oberschenkel zur Innenseite vom linken Oberschenkel drehe den Oberkörper auf kreise den Arm weit zurück nach hinten weit nach hinten schau nach hinten ganz weit nach hinten lass den Arm sinken zieh den Arm nach unten und vorne und wenn du kannst sinke hier noch ein bisschen mehr wirklich mit dem Becken nach vorne ganz lang nach vorne ziehen dich nach oben auf spannen Spiralen vom Nabel zum Oberschenkel kreise den Arm weit nach hinten beuge den rechten Unterschenkel beuge das rechte Knie natürlich sodass der Unterschenkel nach oben kommt kreise mit dem Arm weiter streck das Bein wieder aus beim dritten Mal du ahnst es schon Flanke lang spiral dich ein beuge dein rechtes Knie der Unterschenkel kommt nach oben und wenn du magst greif dir den Fuß es ist egal wo du den Fuß greifst ob an der Zehe ob an der Außenseite und dann spür mal ob du dich hier auf drehen kannst ob du öffnen kannst und nimm den Kopf in eine Position wo es dem Nacken gut geht und jetzt schieb bitte deinen Fuß in deine Hand sodass in der Dehnung eine Muskelspannung entsteht über die Frontallinie über den Oberschenkel über die Hüfte und dann löse den Druck vom Fuß in die Hand löse die Hand vom Fuß stell die Hand wieder zurück streck das vordere Bein aus juhu flexe den Fuß okay jetzt ist es gut ein bisschen Entspannung hier also Entspannung für die rechte Leiste okay in dieser Position flexe den Fuß und schau mal ob du das linke Bein noch ein bisschen mehr strecken kannst und jetzt mach mal den Rücken ganz rund während du das Bein total streckst hier und dann kippe das Becken länge den Rücken mach die Wirbelsäule lang und schmelze wenn du kannst noch ein bisschen tiefer jetzt in dieser Position bewege das Becken wieder von rechts nach links und spüre mal in welcher Position merkst du dass eine Spannung über die ganze Beinrückseite kommt ist es wenn das Becken nach rechts geht oder ist es wenn das Becken nach links geht und jetzt finde die Position für dich wo du merkst aha hier wird interessant und dann bleib da jetzt in dieser Position drück bitte deine Ferse ganz fein in den Boden sodass die Spannung im Muskel den du gleichzeitig auch dehnst beziehungsweise im Meer und Meer in die Erde reinschiebst bewege das Becken noch ein bisschen mehr auf die Seite wo du merkst da tut es gut und jetzt löse die Spannung löse den Druck auf den Boden und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr schmelzen dreh deinen ganzen linken Oberschenkel nach außen spür mal was passiert mit der Dehnung und dreh mal den ganzen Oberschenkel nach innen das heißt der Fuß dreht auch nach innen auf der Ferse und während du schmilzt spür mal in welcher Position hast du vielleicht noch eine spannendere noch eine interessantere Dehnung ist es wenn du das Bein eindrehst oder ist es wenn du das Bein aus riechst und dann bleib einfach in einer Variante egal in welcher und in der streckst du wieder dein Bein der Oberkörper schmilzt und jetzt gib auch wieder Druck mit der Ferse ganz langsam in den Boden und je mehr du mit der Ferse in den Boden drückst merkst du die Dehnspannung verändert sich und bleib jetzt hier und bleib auch mit der Dehnspannung und was ist mit wenn du das Becken jetzt nochmal nach links und rechts bewegst wo wäre jetzt die Beckenposition so dass du merkst da wird es nochmal spannend und dann bleibst du da nochmal für einen Atemzyklus und und dann lässt du alles los drehst das Bein wieder zurück kommst wieder in den Ausfall Schritt nach vorne gehst mit beiden Händen an die Innenseite von deinem Bein und jetzt spür mal ob du einfach hier bleiben magst oder ob du tiefer gehen magst hier auf die Unterarme zum Beispiel du könntest auch beide Blöcke nehmen und mit den Unterarmen auf die Blöcke gehen zum Beispiel wenn du sie so griffbereit hast dass du die Blöcke da rein nimmst und dann spür mal ob du ob es dir gelingt hier wirklich in die Stille zu kommen zu atmen zu schmelzen mit jedem Ausatmen noch etwas mehr loszulassen merken wo vielleicht Spannung entsteht in deinem Körper wo du vielleicht mit dem nächsten Atem Ausatmzug noch mehr loslassen kannst manchmal ist die Spannung auch nicht im Körper sondern es ist emotional manchmal ist es auch mental spür mal auf welcher Ebene Spannung entsteht und wie du sie wie du erlauben kannst dass sie sich auflösen kann wir bleiben auch gar nicht mehr lang atme noch mal tief durch und dann komm einfach super langsam raus erst auf die Hände wenn du Blöcke genommen hast nimmst die Blöcke weg schiebst dann den Po langsam zurück nach hinten ganz ganz langsam bringst das Bein nach hinten und kommst erstmal in eine Kindes Haltung und sinke hier in die Stille nimm 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 Bewegungen deines Atems wahr in deinem inneren Raum und finde auch immer wieder in die Stillpunkte zwischen den Atemzügen So so als ob du dich in dieser Stille in dieser Pause zwischen den Atemzügen ausruhen könntest und dann roll ganz langsam Wirbel für Wirbel auf in einen Fersensitz jetzt weißt du ja schon was dich erwartet auf der anderen Seite komm in einen Knie stand und dann stell deinen rechten Fuß nach vorne relativ weit sodass du das Becken nach vorne bringen kannst den ganzen Schwerpunkt nach vorne dass du hier wirklich in eine schöne Dehnung findest das Knie ist gut gepolstert hinten und dann länge die Wirbelsäule aus dem Becken heraus nach oben und mit der Idee du willst sogar in eine kleine Rückbeuge gehen löse dann deine Hände vom rechten Bein bring die Arme in eine Außenspirale nach oben falte dann deine Hände hinter deinem Kopf und leg den Hinterkopf in deine Hände und jetzt lehne den Kopf wirklich nach hinten lass den Herzraum aufsteigen und dann neige dich ganz langsam zur rechten Seite immer noch so die Idee Rückbeuge so eine kleine Seitenneigung vielleicht schmilzt du mit jedem Atemzug etwas tiefer hier hinein und dann kommst du aus der Seitenneigung zurück bleibst in dieser Aufrichtung Rückbeuge streckst die Arme nach oben aus weit nach hinten löst dann die Hände kreist die Arme über die Seite nach vorne rechts und links von deinem Fuß deine linke Hand bleibt am Boden und es ist der rechte Arm den du ausstreckst nach vorne die Idee ist du willst die ganze Seite die ganze rechte Flanke lang machen und dann beginnst du vom Nabel einzudrehen also der Nabel dreht zur Innenseite vom rechten Oberschenkel der Oberkörper dreht der Brustkorb dreht der Arm der Kopf schaut zurück der Blick geht nach hinten zur Hand der Arm kreist nach unten und nach vorne wir schrauben uns da dreimal rein beim dritten Mal spiralst du dich wieder vom Nabel ein und wenn der Arm zurück geht hebst du den Unterschenkel vom Boden das heißt du beugst das Knie der Arm geht weit zurück und der Arm geht wieder nach unten das Bein legt sich ab und wenn du magst wenn du willst das nächste Mal sucht sich die rechte Hand und den linken Fuß dreht dich hier noch ein bisschen mehr auf und wenn du den Fuß in der Hand hast dann zieh den Fuß wirklich so in Richtung Gesäß und dann um hier nochmal so einen Impuls ins myofasziale System zu geben schiebe jetzt den Fuß in die Hand also ohne den Winkel zu verändern aber hier in dieser Dehnung schiebe den Fuß in die Hand spüre dass die Dehnspannung sich nochmal verändert löse dann den Druck löse die Hand vom Fuß steck das vordere Bein aus ganz langsam das Becken zurück bewegen wunderbar Fußflex und jetzt beginnst du auch hier erstmal das Becken ein bisschen hin und her zu bewegen mal den Rücken rund zu machen und wieder gerade und finde während du so den Rücken bewegst und das Becken bewegst von Seite zu Seite finde die Position wo du sagst da komme ich an eine ganz faszinierende Dehnung über die Beinrückseite so da wo bin ich selten wenn ich es so in meinem üblichen Ablauf mache und dann schmelze da rein gib dem Körper so ein paar Atemzüge dass das Gewebe nachgeben kann nachlassen kann und dann nach so ein paar Atemzügen nur den Fuß geflext hast das Knie gestreckt schieb ganz achtsam die Ferse mehr und mehr und stärker und stärker in den Boden nach hier steigt jetzt die Spannung in der ganzen myofaszialen Linie wir geben in eine Dehnung einen Kraftimpuls rein dann atme da rein halte die Spannung noch für einen Moment dann löse den Druck von der Ferse in den Boden und spüre mal ob der Oberkörper vielleicht ein bisschen nachsinken kann jetzt in dieser Position spiel einfach mal mit dem Ein- und Ausdrehen von deinem Oberschenkel und teste mal die Seite an fühlt sich das an was passiert hier eigentlich über die Rückseite von meinem Bein Innenseite oder Außenseite wo in welcher Position hast du eine stärkere Dehnung und da bleibst du dann also entweder Bein ein- oder ausgedreht und das kann anders sein wie auf der anderen Seite also lass dich einfach überraschen und jetzt wenn du hier bist teste nochmal aus in der Position ein- oder ausgedrehtes Bein was macht mein Becken schiebe es nach rechts schiebe es nach links und teste hier nochmal aus ich habe durch eine kleine Veränderung von meiner Beckenposition habe ich eine ganz andere Dehnung und da bleibe ich jetzt auch gebe meinem Körper auch wieder Zeit loszulassen zu entspannen und dann du merkst es entspannt sich mehr und mehr dann kannst du über einen Druck von der Ferse in den Boden ganz langsam diesen Druck steigern und dann bringst du nochmal diesen Kraftimpuls in diese Dehnung rein und atme noch einmal tief durch und löse alles löse erst den Druck bring das Bein parallel verlagere das Gewicht nach vorne und dann bring das Bein zurück nach hinten bring das Bein wieder zurück nach vorne ich habe was vergessen bring es wieder nach vorne zurück zu früh gefreut beide Hände an die Innenseite vom Bein du weißt was ich meine gehört hast ja genau das mit dem Tiefsinken hier und dann finde einfach auch in dieser Position in die Stille wo es still wird im Geist wo es still wird in den Emotionen im Körper wieder ausatmen eine Einladung noch mehr zu sinken zu schmelzen weich zu werden und der Atem umspült alle Widerstände egal ob es im Körper ist ob es eine Spannung ein Widerstand im Körper ist ob es emotional ist ob es mental ist weil es anfängt zu plappern und zu kommentieren und schau mal und dann hast du es auch schon geschafft und kannst noch mal tief durchatmen und dich ganz ganz langsam rausbewegen wirklich ganz langsam und achtsam und bring dann das Bein zurück das Becken erst zurück dann das Bein zurück in die Kindeshaltung diese Zeit der Stille nutzen um wirklich ganz tief in deinen Körper zu sinken mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und komm mit einem deiner nächsten Atemzüge aus der Kindeshaltung in die Katze und in der Katze stell die Zehen auf und komm in einen herabschauenden Hund und im herabschauenden Hund nutze jetzt diese Haltung wirklich um dich einfach genussvoll hineinzurekeln die Decke die brauchst du jetzt nicht mehr für die Knie die kannst du weglegen und kannst erst mal spüren wenn du hier im herabschauenden Hund bist was es gerade braucht an Bewegung in den Füßen im Becken und dann stell mal deine Füße einfach so hin dass die Fersen leichter Richtung Boden schmelzen können manchmal ist es gut wenn du Blöcke unter die Hände nimmst weil dann werden die Arme länger und dann kannst du die Fersen besser Richtung Boden sinken lassen weil wenn du jetzt die Fersen Richtung Boden sinken lassen kannst dann machen wir eine kleine Variante und zwar bring die Fersen zusammen und die Füße zeigen so nach außen die Fersen müssen nicht geschlossen sein aber einfach dass die Oberschenkel quasi in einer Außenrotation sind und dann lass die Sitzbeinknochen nach oben aufsteigen drück die Fersen die lässt du quasi in den Boden sinken und von den Fersen her spannst du die Sitzbeinknochen nach oben auf bewege mal den ganzen Körper nach rechts bewege den ganzen Körper nach links das Becken so ganz langsam von rechts nach links und die Füße bleiben jetzt hier wirklich in Kontakt mit der Erde nochmal ein ganz anderer myofaszialer Zug über die Rückseite des Körpers komm wieder zurück in die Mitte die Füße wieder parallel und mit deinem nächsten Einatmenzug lass mal dein linkes Bein aufsteigen das rechte eher Richtung Mittellinie abstellen das linke Bein aufsteigen lassen und dann zieh das Knie unter den Körper und setz das Knie zwischen deine Hände ab Raja Kaputasana Königstaube manchmal braucht es eine Decke jetzt unter den linken Sitzbeinhöcke und dann lass ganz langsam das rechte Bein ausgleiten sodass der Fuß in der Verlängerung von deinem Bein ist der Unterschenkel je mehr er Richtung schmale Seite der Matte geht umso stärker ist die Dehnung im Gesäß aber umso stärker ist auch die Belastung vom Knie also schau einfach wie stark du den Unterschenkel wirklich anheben magst meine Knie die mögen das nicht so gerne deshalb bleibe ich genau in dieser Position und dann wiege dich so ein bisschen hin und her und beim hin und her drehen kannst du beim hin und her bewegen kannst du den rechten Oberschenkel noch ein bisschen mehr eindrehen also das Gefühl der Oberschenkel will eindrehen und dann bleibe in dieser Position und komm erst mal so in eine Aufrichtung beziehungsweise Rückbeuge nimm den Kopf in eine Position wo du merkst das ist für den Nacken okay manchen hilft es so die Idee dass sie das Steißbein einrollen wollen aber nicht für alles ist nicht für alle gut spür mal wenn du keinen Druck hast keine Spannung im Rücken dann ist alles wunderbar und gut und wenn du so einen Druck hast im unteren Rücken spür mal wie du dich einrichten kannst sodass dieser Druck kleiner wird das ist einfach so ein Ausprobieren das Becken ein bisschen bewegen Steißbein einrollen oder das Steißbein anheben Atme nochmal tief ein und dann ausatmen lass den Oberkörper ganz langsam nach vorne sinken und dann finde eine Position die auch wieder ganz bequem ist für dich hier wir sind jetzt hier wieder in der tiefen Hüftmuskulatur haben schon so viel Vorbereitung gemacht für verschiedene andere Muskeln rund um das Hüftgelenk Innenschenkel Beinrückseite Hüftbeuger Oberschenkel Vorderseite und finde auch wieder in diese vier Phasen Atmung ein langer Einatmen eine gelassene Atempause ein noch längerer Ausatmen und mit der Ausatmung wirklich die Möglichkeit loszulassen im Geist im Herzen im Körper und dann löse dich ganz langsam aus dieser Position indem du mit einem deiner nächsten Atemzüge dich langsam wieder erhebst wenn du dir was unter die linke Seite von der Hüfte gelegt hast dann nimm das weg sodass du dich dann nach rechts sorry nach links setzen kannst und dann bring das rechte Bein nach vorne den Boden entlang ziehen den Fuß aufstellen vielleicht willst du dich jetzt auf eine Decke setzen hier sodass das Becken richtig gut gekippt ist dass du die Wirbelsäule gut aufrichten kannst und dann spirale dich wieder vom Nabel beginnend zu deinem rechten Bein ein also es dreht der Nabel es dreht der Bauch es drehen die unteren Rippen dann umarme dein Bein und dann stell deine rechte Hand hinter deinem Becken ab nutze jeden Einatmung noch mehr Länge in deiner Wirbelsäule entstehen zu lassen noch mehr Weite über den Herzraum zwischen den Schultern und mit der Ausatmung die Möglichkeit vielleicht noch etwas mehr loszulassen oder dich noch etwas mehr hineinzudrehen in die Haltung und den Kopf in eine Position wo du merkst da geht es dem Nacken gut Atme nochmal in diese vier Atemphasen langsam ein Pause in der Fülle ganz ganz langsam aus und Pause in der Leere mit einem deiner nächsten Atemzüge löse auf und dreh dich zurück nach vorne jetzt Agni Stambasana heißt die nächste Übung ich zeige sie dir wie sie aussieht du rollst dazu hinter die Sitzbeinhöcker nimmst das untere Bein den Unterschenkel quasi parallel zum Mattenrand legst das obere Bein drüber es ist quasi Knie auf Fußgelenk Knie auf Fußgelenk in dieser Position jetzt das können vielleicht nicht alle da wäre eine Variante du warst du warst hier in der Position dann wäre die Variante die dass du dich hinter die Sitzbeinhöcker rollst hier den rechten sorry den linken Fuß aufstellst den rechten hast du so über dem linken und dann hebst du das Gesäß an und setzt dich noch ein bisschen näher zur Ferse hin also das wäre die Variante dass du hier wirklich mit dem Gesäß ein bisschen weiter nach vorne gehst den Rücken wirklich lang machst eine Variante oder eben Knöchel Knie und was ich dann gerne mache ist in dieser Haltung einfach so ein bisschen Wiggle Wiggle schütteln so von Seite zu Seite und dann auch mal spüren was passiert wenn du hinter die Sitzbeinhöcker rollst das ist auch total spannend und was ist wenn du auf die Sitzbeinhöcker vor die Sitzbeinhöcker und vielleicht mit dem Oberkörper sogar nach vorne gehst und da kannst du so ein bisschen spielen und einfach spüren was ist gerade wirklich interessant von der Dehnung her ist es wenn du hinter die Sitzbeinhöcker rollst der Rücken rund wird ist es wenn du so in der Mitte bist und schaukelst von Seite zu Seite oder ist es wenn du nach vorne gehst oder ist es wenn du vorne bist und schaukelst alle Varianten sind hier möglich was Faszien wirklich gerne mögen sind so auch so ruckartige Bewegungen ja so einem Schütteln gleich und dann lösen wir schon auf komm ganz langsam zurück jetzt kreuze deine Beine also kreuze die Unterschenkel bring die Hände nach vorne ich muss ein bisschen zurücksitzen bring die Hände nach vorne und steig zurück in den herabschauenden Hund komm wieder mit den Füßen von der Idee her eher so ein bisschen weiter nach vorne zu den Händen sodass die Fersen leichter Richtung Boden schmelzen können und wir haben vorher die Variante gemacht dass wir die Fersen zusammengenommen haben jetzt nehmen wir mal die Zehen zusammen das heißt die Beine kommen in eine Innenrotation Oberschenkel in eine Innenrotation die Zehen gehen zur Mittellinie und die Fersen eher nach außen und jetzt spür mal wenn du den Herzraum schmelzen lässt und die Fersen in den Boden schiebst und die Sitzbeinhöcker von den Fersen weg was passiert da mit der Dehnung wie ist die Dehnung im Vergleich zu wenn du sonst im herabschauenden Hund stehst und bewege auch mal das ganze Gewicht so ein bisschen nach rechts und spür mal was passiert da Fersen bleiben in Kontakt mit dem Boden und auf die andere Seite und dann stell die Füße wieder parallel stell den linken Fuß zur Mittellinie sodass das rechte Bein aufsteigen kann zieh das rechte Knie unter deinen Körper nimm den Unterschenkel so weit quer dass es für deinen Knie gut dass es dem Knie gut tut und dann wiege dich so ein bisschen hin und her und erlaube beim hin und her wiegen einfach so dem Becken der Hüfte die richtige Position zu finden und dass du den hinteren Oberschenkel also diesmal ist es der linke dass du den so ein bisschen eindrehen kannst ich gebe ihn da so ein bisschen an, dreh den Oberschenkelkopf so nach innen und dann schmiege dich hier so rein und finde in eine Streckung oder sogar in eine Rückbeuge und die Lippen sind entspannt die Zunge ist gelöst die Stirn entspannt ein ruhiger Atem vier Phasen eine Atempause aus Atempause und da atme nochmal ein und mit der nächsten Ausatmung tauche ab nutze den Ausatmung um mehr und mehr loszulassen mehr und mehr zu schmelzen und spüre wo Spannung ist im Geist im Atem im Herzen im Körper und spüre mal ob es mit der Ausatmung weicher werden kann und der Atem die Widerstände umspülen kann sodass die Ecken und Kanten weicher werden und hier könnten wir echt einfach ein paar Minuten bleiben aber für heute und für jetzt atme nochmal tief durch und dann komm ganz langsam aus der Haltung raus wenn du dir was unterlegt hast rechts dann nimm das weg sodass du dich nach rechts lehnen kannst und du das hintere Bein den Boden entlang nach vorne bringen kannst das Bein über das andere stellst in Ardha Matsyendrasana erst mal im Sitz einrichten der Wirbelsäule Länge geben und dann die Drehung wirklich vom Nabel beginnend zum Oberschenkel zur Innenseite vom Oberschenkel drehen dann den Bauch drehen den Brustkorb drehen das Brustbein drehen das Bein greifen und die linke Hand absetzen und dann nimm auch wieder den Kopf in eine Position wo du merkst der Nacken hat keinen Stress vertiefe deinen Atem hier der Einatmen schenkt dir Weite und Länge jeder Ausatm eine Einladung vielleicht noch einen Ticken mehr zu drehen oder dich einfach hinein zu entspannen in die Haltung und jetzt die Tiefe einatmen ein gelassener Ausatmen löse die Haltung auf und jetzt kennst du diese beiden Varianten entweder Agni Stambasana also diese Fußgelenk Knieposition oder ich zeige es nochmal hinter die Sitzbeinhöcker rollen den Fuß aufstellen die Beine bleiben quasi so dass du einfach den rechten Fuß aufstellst und dann wirklich als erstes schaust dass der Rücken lang ist dass du hier aus dieser Haltung rauskommst und wenn du das hast spür mal wie weit nach vorne magst du dich setzen weil so wird die Dehnung einfach stärker und dann spiele jetzt auch wieder wenn du in dieser Knöchel-Knie-Position bist was passiert wenn du dich hinter die Sitzbeinhöcker rollst der Rücken rund wird was macht das mit den Hüftgelenken was passiert wenn du dich auf die Sitzbeinhöcker bewegst vielleicht dich so hin und her bewegst Wiggle Wiggle und was ist wenn du dich nach vorne neigst und dann spiele einfach mit all diesen Varianten weil das gibt nochmal egal ob du also nach vorne gehst in der Mitte bist oder nach hinten rollst das macht jedes Mal etwas anderes mit dem ganzen myofaszialen Gewebe rund um die Hüftgelenk und wenn du diese sitzende Position vier hast dann kannst du auch ein bisschen spielen mit das Steißbein einrollen rund werden die Wirbelsäule aufrichten das Brustbein heben lang werden ein bisschen hin und her schaukeln kreisen kreisen ja wirklich ganz total kreativ sein weil es gibt jedes Mal wirklich was zu einen ganz anderen Impuls ins Gewebe und übrigens wenn du so für dich alleine übst musst du auch gar nicht auf beiden Seiten das gleiche machen weil wir einfach keine zwei gleichen Seiten haben sondern wirklich einfach spüren was will was entsteht was will entstehen was braucht der Körper hier schau mal und dann reicht es auch schon und wir lösen auf indem du dich einfach hinter die Sitzbeinhöcker rollst und dann die Beine mal ausstreckst nach vorne und einfach mal die Beine ausschüttelst juhu und dann machen wir nochmal so eine letzte Übung hier im Sitzen ohne Tun und dann kommen die Bälle dran und zwar greitsche mal die Beine so wie es angenehm ist ich gehe dann meistens noch mit einer Hand nach vorne eine nach hinten hebe das Gesäß ein bisschen an und schiebe mich nach vorne ich wechsle ich mache es andersrum und dann setz dich nach Möglichkeit auf die Sitzbeinhöcker und geh nach vorne jetzt geht das natürlich nicht bei allen ja manche sitzen dann hier hinten also probiere dich einfach auf zu richten so gut es geht vielleicht die Hände auch hinten zu lassen dich hier rein zu schieben und dann einfach mal austesten wie es sich anfühlt wenn du dich so hin und her schlängelst setz mich mal ein bisschen weiter nach hinten hier und während du dich so von Seite zu Seite schlängelst magst du vielleicht nach vorne gehen vielleicht magst du aber auch wirklich hier hinten bleiben und einfach hier hinten dich von Seite zu Seite bewegen ganz weich geschmeidig und du merkst ja das ist etwas anderes macht mit der Dehnung wenn der Oberkörper zur einen Seite geht wenn er zur anderen Seite geht es verändert jedes Mal die Dehnung über das ganze myofasziale Gewebe wenn du ein Bolster hast oder ein Kissen oder einen Block kannst du natürlich auch so ein bisschen weiter oben bleiben ja und das hier so aufbauen und dich hier hin und her bewegen und dann einfach mit der Zeit tiefer gehen und dann finde auch mal so in die Stille so dass du in die Stille reinschmilzt und komm dann ganz langsam aus dieser Stille raus auch hier könnten wir viel länger bleiben und wir uns noch ein bisschen polstern und nicht ganz so tief reingehen so in im Yin-Stil nochmal einfach bleiben und schmelzen und sinken roll hinter die Sitzbeinhöcker greif die Beine so bei den Kniekellen roll ganz nach hinten und durch das nach hinten rollen hilft den Beinen zusammen indem du sie hier zusammenziehst und dann komm in eine Kutscherposition ein Ausgleich für die Hüftgelenke ein Ausgleich für die Hüftmuskulatur und dann atme nochmal tief durch richte dich auf und jetzt kommen wir zur letzten Übung mit den Bällen und zwar nimmst du einen Ball und setzt dich komm wir haben jetzt immer links begonnen wir machen das auch jetzt setzen uns links auf den linken Sitzbeinhöcker das heißt du nimmst den Ball unter deinen linken Sitzbeinhöcker und stellst die Füße auf und setzt dich also richtig drauf und beginnst jetzt mal um diesen Sitzbeinhöcker zu kreisen wenn man das das erste Mal macht eiert man da so ein bisschen rum und muss sich so ein bisschen organisieren mit der Zeit weißt du wie du dich organisierst und kreist um die Sitzbeinhöcker um den Sitzbeinhöcker Sitzbeinhöcker so das ist so zum Angewöhnen und jetzt geh mal wenn du auf dem Sitzbeinhöcker sitzt rutsch mit dem Po nach hinten sodass der Ball immer noch am Sitzbeinhöcker ist aber so quasi unten da wo der Oberschenkel auch so beginnt also setz dich da quasi ganz langsam so nach hinten und hast den Ball aber jetzt quasi immer noch Sitzbeinhöcker unten links jetzt streck mal das linke Bein aus und jetzt massier dir mal indem du das Becken so von Seite zu Seite bewegst und indem du das Bein ein- und ausdrehst möchte ich, dass du wirklich so an den Sitzbeinhöcker innen da rangehst und dir da so ein bisschen den Bereich massierst also Sitzbeinhöcker innen Bein gestreckt Bein vielleicht noch eindrehen was ich nicht gesagt habe vorher, was auch auf die Hüftgelenksbeweglichkeit wirkt, ist natürlich der Tonus vom Beckenboden also wenn der Beckenboden in einer Fehlspannung ist dann kann das auch die Hüftgelenke beeinflussen und jetzt massieren und jetzt massieren wir hier quasi beim Sitzbeinhöcker innen wirklich beim Beckenboden das Bein nochmal ausdrehen und einfach so diesen Bereich Sitzbeinhöcker innen austesten so wo ist die Spannung spürbar? also ich habe jetzt echt den weichen ich habe einen Softball hier der ist etwas weicher als die anderen Myofascia Tools die Blackroll Bälle gehen gar nicht also das ist zu hart das ist zu heftig aber mit den Softballs den ich jetzt hier habe das ist angenehm okay dann komm nochmal auf den Sitzbeinhöcker drauf jetzt gehen wir in den Piriformis in die tiefe Gesäßmuskulatur das heißt dreh dich nach links ab und rutsch jetzt mit dem Ball beim Sitzbeinhöcker Richtung Gesäß nach oben das heißt ich bewege meinen Po zu meinen Fersen der Ball rollt hinten nach oben so jetzt bin ich vom Sitzbeinhöcker weg im Gesäß und jetzt dreh dich nochmal mehr nach links ich gehe jetzt persönlich auf den Unterarm drehe mich hier noch mehr ab und ich rutsche mit meinem Gesäß Richtung Fersen und ich suche mir jetzt auf dem Weg vom Sitzbeinhöcker quer über den Popo zum Beckenkamm auf der linken Seite suche ich mir jetzt einfach die Punkte die Schmerzen und da gibt es ein paar und wenn du sagst bei mir nicht oder ich finde dann hast du ihn nicht weil wir haben alle den Punkt und wenn du so den Punkt gefunden hast dann bleibst du da und öffnest zwischendurch das Knie und hebst es wieder an öffnest das Knie führst es wieder ran und rutscht wieder noch ein bisschen höher ich weiß dass bei mir die Punkte eher ein bisschen weiter oben und mehr zur Seite sind also ich rutsche jetzt hier noch ein bisschen tief und jetzt komme ich da ein bisschen mehr an die Stellen was es nicht machen sollte es sollte nie einen Nervenschmerz geben also es sollte nie so wie so elektrische Stöße geben also gibt es eh nicht aber weißt du so dass es so quasi so elektrisiert oder dass sogar irgendwie das Bein einschläft weil dann würdest du dir den Ischias Nerv drücken und das wollen wir nicht dann müsstest du einfach die Position ein bisschen verändern gehst immer wieder an eine etwas andere Stelle und atmest da wirklich in den Schmerz rein atmest rein drehst noch ein bisschen mehr ab kommst vielleicht noch ein bisschen höher und suchst dir die Stelle massierst die Stelle manchmal kannst du auch so kreisförmige Bewegungen machen oder du kannst auch so ruckeln spür einfach was passt manchmal passt das ruckeln nicht weil es einfach zu heftig ist manchmal reicht einfach schmelzen und atmen und das Knie bewegen schau mal und das reicht auch schon kannst vielleicht nochmal eine Stelle suchen wenn du das Gefühl hast ich will noch ich bin noch nicht ganz durch dann such dir nochmal eine Stelle aber wenn du sagst doch es reicht das ist gut das ist gut massiert dann kannst du dich wieder hinsetzen und jetzt setz dich mal in einen gekreuzten Sitz so ganz locker gekreuzten Sitz gar nicht jetzt aufsetzen und jetzt spür mal spür mal in deine Hüftgelenke rein spür mal in dieses linke Hüftgelenk rein wie fühlt es sich da an im Vergleich zu rechts also das Gesäß liegt anders auf bei mir bei dir wahrscheinlich auch und manchmal ist wirklich auch was spürbar im Hüftgelenk dass zum Beispiel das Bein entspannter ist oder dass sich das Hüftgelenk freier anfühlt manchmal fühlt sich auch der Rücken freier an manchmal auch nichts von dem also ich spüre jetzt dass ich links deutlicher aufliege das die ganze ist das Hüftgelenk fühlt sich entspannter an als rechts wo ich noch nicht dran war bei euch auch okay dann sind wir doch motiviert für die andere Seite dann setzt du dich auch wieder ich drehe mich jetzt mal so setzt du dich auch wieder erst auf den Ball wirklich mit dem rechten Sitzbeinhöcker und umkreist einfach mal den Sitzbeinhöcker das ist so zum einfach um dieses Gefühl zu bekommen zu lokalisieren wo ist hier der Sitzbeinhöcker eigentlich manchmal gibt es da schon so Stellen wo du merkst ah das ist ganz schön heftig manchmal aber auch noch nicht und dann gehen wir so ganz langsam nachdem wir ein paar Mal so gekreist sind rutschst du nach hinten weg sodass der Ball unten an den Sitzbeinhöcker kommt und setzt dich so den Boden zurück und streckst dann das Bein und jetzt rutschst du mit dem Körper so über den Ball dass der Ball an die Sitzbeinhöcker Innenseite kommt dazu drehe ich oft auch noch gerne das Bein so ein bisschen einwärts und dann suche ich mir hier wirklich so die Stelle auch der Beckenboden ansetzt und da muss man einfach so ein bisschen rumeiern und die Position suchen manchmal tut es ganz heftig weh manchmal spürt man gar nicht so viel oder manchmal spürt man dass eine Seite so schmerzhaft ist und die andere nicht wenn du das Bein ein und aus drehst das ist auch interessant mit den Bällen ist es immer so du machst dich wie so eine Forscherin auf die Suche nach schmerzenden Stellen und bist einfach immer wieder so ganz offen und neugierig es kann ganz anders sein wie das letzte Mal dann komm wieder auf den Sitzbeinhöcker drauf und dann drehst du dich zur rechten Seite ab das heißt du rutschst mit dem Gesäß fußwärts der Ball kommt vom Sitzbeinhöcker Richtung Gesäß und jetzt gehst du so diagonal aber nach außen ist diagonal nach außen rollst dich immer mehr ab rutscht immer mehr fußwärts und gleitest jetzt rutscht mit dem Ball über das Gewebe diagonal über den Popo zu deinem Beckenkamm und suchst jetzt auch wieder deine Punkte deine Schmerzpunkte Wenn du einen gefunden hast kannst du bleiben und reinschmelzen reinsinken kannst du das Bein öffnen und schließen und dann immer wieder eine etwas neue Stelle jetzt bin ich noch besser ich dachte ich wäre schon richtig aber das ist noch besser Tennisbälle finde ich manchmal sogar auch noch heftiger weil die sind kleiner wie diese Bälle und dadurch dass sie kleiner sind piksen sie ein bisschen mehr und dann immer wieder noch ein bisschen eine andere Stelle suchen ich gehe mal noch mehr auf die Seite noch ein bisschen weiter nach oben weil da weiß ich da ist es bei mir kannst auch wieder kreisende Bewegungen machen oder kannst du ruckeln schütteln schnelle ruckartige Bewegungen machen Wichtig ist es einfach so hier wirklich zu schauen dass du dich nicht in den Schultern verspannst also wir wollen nicht hier frei werden in den Hüftgelenken und dann irgendwie die Spannung oben im Nacken haben oder so so jetzt suche ich noch eine letzte ui eine letzte Stelle jetzt bin ich echt gut und dann reicht es schon und du setzt dich vom Ball weg kommst nochmal in diesen kreuzten Sitz und spürst einfach auch nochmal wie ist es jetzt nochmal zu sitzen wie ist es jetzt so das Gefühl in den Hüftgelenken wie ist das Gefühl zu sitzen auf den Sitzbeinhöckern auf dem Gesäß das kann sich echt total befreit anfühlen so das Gefühl als ob man so in die Erde reinschmilzt so ganz satt breit dass ganz wenig Spannung in den Hüftgelenken da ist und dass dadurch die Wirbelsäule sich besser aufrichten kann dass vielleicht auch die Knie also die ganzen Oberschenkel sich entspannen können und wie gesagt vielleicht ist es auch ganz anders für die letzte Übung gebe ich dir eine Auswahl du kannst entweder in die Bauchlage gehen oder in die Rückenlage gehen dazu brauchst du beide Bälle ich zeige dir die Übung eine Übung in der Bauchlage wäre dass du dir die Bälle da wo die Hüftknochen sind warte ich komme in einen Kniestand dann siehst du das besser ja hier sind meine Sias Knochen meine Hüftknochen und ich gehe bei den Hüftknochen ein bisschen bauchwärts ja da rein legst dich in die Bauchlage und hast die Bälle dann da ja das ist eine Variante die andere Variante ich drehe mich jetzt um da wo wir gerade vorhin gearbeitet haben ja beim Piriformis also hier tiefe Gesäßmuskeln dass du dir den Ball dass du in die Rückenlage gehst und dir den Ball da hin legst ja ich zeige mal die Position in der Rückenlage die Füße sind aufgestellt warte ich muss mein Mikro wegnehmen die Füße sind aufgestellt du legst dir die Bälle hier so rechts und links beim Gesäß hin öffnest die Füße breit nimmst die Knie zusammen das ist eine Variante die Arme neben den Körper entspannt atmen die andere Übung wäre in der Bauchlage bei den Sias Knochen und hier entspannen beide Übungen entspannen auch den Rücken spür einfach wo es dich jetzt hinzieht so für die letzten drei Minuten und fühl dich wirklich frei auch ein bisschen wenn du in der Rückenlage liegst zu testen oder ist es besser wenn die Bälle noch ein bisschen weiter außen sind ja dass das Gesäß und das Kreuzbein richtig gut auf der Erde liegen und die Bälle sind einfach nur so seitlich angelehnt und dann gibt es für den Moment auch wirklich gar nichts zu tun als einfach nur loszulassen loslassen sinken schmelzen atmen und mit jedem Ausatmen die Einladung noch etwas mehr loszulassen und verlangsame deinen Atem dahingehend dass du dem Ausatmen erlaubst länger und länger zu werden und vielleicht fühlt es sich auch gut an dass du in die Pausen zwischen den Atemzügen dass du da hinein sinkst mit dem Gefühl dich in diesen Stillpunkten zwischen den Atemzügen entspannen zu können wenn du in der Bauchlage liegst wirklich mehr und mehr in die Bälle hinein schmelzen hinein sinken manchmal entsteht auch so ein Gefühl je mehr du sinkst in die Bälle dass umso mehr Länge in den unteren Rücken kommt und auch da ist es manchmal ein Ausprobieren es ist wichtiger die Bälle noch einen Ticken höher zu nehmen oder tiefer nach unten mehr nach innen ein ruhiger tiefer Einatmen eine gelassene Pause in der Atemfülle ein ganz ganz langsamer Ausatem und ein sinken in die Atemlehre um von dort den neuen Einatmen wieder zu empfangen in Einatmen empfangen und den Ausatmen geschehen lassen lassen Einatmen 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 Bevor du dann die Bälle wegnimmst, entweder unter dem Bauch weg oder wenn du in der Rückenlage liegst, von der Seite weg und dann leg dich einfach hin in der Bauchlage oder Rückenlage, wenn du magst, kannst du die Beine strecken. Und schenk dir so ein, zwei Atemzüge, um wahrzunehmen, wie sich dein Körper anfühlt jetzt, nach dieser Praxis. Was für eine Stimmung da ist, wie still es im Geist ist, wie ruhig vielleicht. Dass für eine Qualität dein Atem hat und wie sich dein Körper fühlt jetzt. Atme nochmal tief durch und vielleicht willst du dich räkeln und strecken, wenn du in der Rückenlage liegst. Wenn du in der Bauchlage liegst, magst du vielleicht die Hände aufstützen und über eine kleine Kobra in den Vierfüßlerstand kommen, um in der Katze so Räkelbewegungen zu machen, die Wirbelsäule so durchzubewegen. Erlaube dir einfach Bewegungen, die dir jetzt gut tun, räkeln, strecken, bewegen. Ganz genüsslich. Und wenn du dich ausgiebig geräkelt und gestreckt hast, dann finde dich ganz langsam in einen aufrechten Sitz. Mit geschlossenen Augen spüre nochmal im Sitzen nach, wie es dir geht nach dieser Praxis. Mögen diese Impulse sich in deinen Körper integrieren und gerade dann über die Nacht in deinen Körper einbauen, so dass du nachhaltig von diesen Übungen beeinflusst bist, auf eine positive, wohltuende Art und Weise, sodass deine Hüftgelenke freier werden. Du dich wohl in deinem Körper fühlst. Breite mit deinem nächsten Einatmung, zuck deine Arme über die Seite aus, schließe deine Hände über deinem Scheitel. Und mit der Ausatmung die gemachten Erfahrungen ganz bewusst in deinem Körper verankern. Und dann spüre mal, wie du deine Übungspraxis heute beenden magst. Vielleicht hast du ein ganz eigenes Ritual. Finde einfach einen für dich stimmigen Abschluss für die Praxis heute.